Harley Quinn, eine manische Alleinunterhalterin, die nichts ernst nimmt. Aber sie ist nützlich. Schlägt hart zu, schießt schnell und nutzt Teile von Batmans Arsenal. Agil wie eine Seiltänzerin und keine Sekunde still. Also, wird unser Strafmaß gleich hier gestrichen oder gibt's eine Zeremonie? Sie ist aber genau das, was uns fehlt. Wenn ich ihr nicht den Kopf wegspreng. Unsere Welt liegt in ihren Händen, solange sie einen Weg finden, die Justice League zu töten.